k und so auch ich bin er kann sich und er hat mit dem ZDV-Buggy vorbei gehen aus ich muss ganz kurz ruhig die Schuhe es wird so mit ihr sprechen die rechte und die Runde über die 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 Verlager schön die die Beobachtung los nein dass der Aufnahme aber die Runde ist also traurig vor nur noch und schulden städte die Flanke einzunehmen hier zum Beispiel in C da ist noch einer runtergehöpft und sieben aber es auch auch was so das ist auf dem polnischen Server ah pp-2000 das ist so peinlich weil der Wacken die Töte ich meine die macht gut schade aber sonst ist die einfach kacke mit Schalldämpfer Ja, saubergeil. So, ich nehme mal die Begreifung. Tobi macht 360 Grad Drehungen am Stück. Gibt's hier nichts besseres als den hier, vielleicht ein Panzer oder so, oder? Moment. Warum bist du gerade ausgestie... äh... Nein, geh weg. Ich habe mein eigenes Auto. Jump. Jump, jump, jump and run. Jump, 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 jump and run. Wo ist die Sau? Abnettfeindlich rein in eurem Einsatzraum gesichtet. Over. So, da ist sie. Da ist die Sau. Roadkill! Haha, du Sau. Das sind nicht die Leute, die immer meinen, die können über unseren Flugplatz fliegen. Das finde ich unglaublich. Ja, so schaffen sie es auch. Es ist krass, dass wir schon wieder alle Punkte verloren haben. Ich bin mein SD, kann immer wieder Sport, ich brauche einen Schützen. Der Jeep. Gerade. Ne, ich kann jeweils noch nicht mehr da leben. Gerade. Also, gut aus dem Leben ist, aber schade, nicht Sport. Vielen Dank, ich habe die Busche schon verstanden. Ja. Schlecht genau. Wie ganz ansiedelt. Ja, merkt man. So, nachdem er ausgeflogen ist, das erste Mal in der Folge war auch schon weg. Vorher. Ein grumbiger Grund. Und die Hauptgruppe, grumpy rain. Wo geht jetzt jetzt hin? Schon mal erstmal so ein T-90. Ich geh zur Trankstelle, die ist gerade so schön, die erreicht noch mit dem Jeep. Oh, ich wollte eine Lenkmunition holen, das wäre sicherlich nicht. Ja, aber nicht tot. Ich bin durch Tod, ich bin durch Tod. Und da ist ein Panzer im Frühmorgenrot. Und da ist ein Panzer im Frühmorgenrot. Von links. Von rechts, von links. Von rechts, rechts, rechts. Links. Ach, du hast es schon angekommen bei E. Das ist super, freut mich. Der das hat das ist, das ist kackig. Der das hat mir schon gemacht. Weil, der irgendwo Maines. Ich bin tot. Ich bin tot. der Ministerin wurde die Begründung der Begründung des Lebens das Bromadier was da war die Begründung des Todes eliminieren und man selber sagt nicht so weit wird die Euro in der Oberkontrolle auch das sind die oder die Worte da gibt es dann auch das ist das Problem hier oben bei D es ist ein D dann gehen nach MDR da war ich muss erstmal hochkommen erst ausgestiegen hat sich mir vorgenommen das ist mir die Jury Jury Budweiser das Panzer auf dem Weg um ja sie hat die Gäste Der Panzer oben, da hab ich gerade jemanden, der ist da irgendeiner Nähe, ich komm mit dir rein, ich hab's leckerlaufen. Da ist er. Ich bin... Wille und C4 in hier natürlich. Es kommen die drei und C4 Leute. Der schießt immer noch auf uns. Ich repariere, glaub du an. Das Einsatz steht noch nicht. Ja, ich hab ihm mein Heck zugewandt. Das waren sieben Pfund, das letzte zwei Schüsse und weg war der. Ich hab die F2000 freigeschaltet. Warum bist du auch weggefahren von ihnen? Ich pack mir mal... Ich dachte, der wäre oben auf der Bergspitze gewesen. Bist du leise, ich mach mal lauter. Nein, ich hab ja gesagt, der war hinter dir. Ich hab ja extra gesagt, hinter dir ist nur ein Penner. Streit euch doch nicht. Ich hab rechts von dir gesagt. Aber jetzt bin ich zu, das ist ja keinerlei von mir. Ja, jetzt bin ich hier rein, okay. Ich werde mal... ...Lenkenmotik zünden. Ist da irgendwo... Ich hab Lenkenmotik zünden mit dabei, aber... Auf was schießt du denn? Auf den Helikopter da oben. Auf den Helikopter da oben. Auf den Helikopter, auf den Helikopter. Ja. Sehr gut. Da ist ein Heli dahinten. Den? Oh Gott, wie dunkel ist er. Auf hinten. Das sind zwei. Ja. Das war... Ah, ich hab die Rakete an. Herr Pionz. Vielleicht sollten wir uns hier... ... auf Verweil und den Bad anschließend... ... wegen der Panzer, dass wir als Fließbeteil mitlaufen. Ja. Das war... ... wo die Tissaube sind. Wenn sie die Tissaube sind. Ja. Das hab ich auch dazu gestellt. Das bin ich auch gespielt. Ich bin auch gespielt. Ich bin auch gespielt. Ich bin auch gespielt. Als Pionier. Äh. Mien. Oh. Du gehst auf den Wegspitzen. Schnell hin. Ja. Schnell hin. Mien. Oh, wüsst du die hoch? Alter, du bist die hoch? Ich bin hier oben gespawnt. Äh. Was war das? Wir sind gerade eben... Ich wurde getötet. Schießt von... ... von Admin ausgeschaltet. Und... ... anderen Team, wüsst du... Einfach nur von Admin ausgeschaltet. Äh. Ohne Gründe. Da ist ein Panzer, der schießt von A aus. Ja, ohne Gründe. Ach, schon gemerkt. Okay. Rain, hast du heute ein Adminatress? Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich jetzt... Kommen wir ins Squad rein. Du musst ja bei uns ein Team machen. Und der Admin hier, der scheinbar so ähnlich zu haben. Du bist so gut. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich dieser Dark Ring. Ja, genau. Das ist ein Panzer. Cool. Ich bin nicht mehr am Spot. Kann das sein? Ja. Nein, bist noch nicht. Also... Ja. Aber du bist in der Team überhaupt. Das ist gut. Ja, immerhin. Aber... Aber du bist auch nicht mehr bei uns, oder? Doch, ist auch. Da ist wahrscheinlich irgendwo gehebeln. Nein. Oh, okay. Ich sitze... in einem... CVG. Ach so, ich dachte schon, ich sitze in deinem Bunker. In dein Bunker. Komm auf zu. Da... Ist ein Panzer. Mein Panzer. Links, links. Links neben der Tankstelle. Bei dem weißen Gebäude. Links daneben. Oh, wir werden sterben. Haben wir sowas von? Ja. Ist super. Aber das ist groß. So, den Panzer habe ich eliminiert. Und dann knallt nur mich ab. Ich bin auch tot. Dass sie sich die Arbeit machen, mit ihm extra mit einem Typ anzukriegen. Das ist schon nicht schlecht. Das ist gut. Das war jetzt dumm gelaufen. Das war jetzt schlecht, wenn jemand mit Raketen auf die schießen. Und du hast, apropos schießen. Wo ist denn der Kerl? Ich hab das jetzt überlegt. Oh, das ist die. Wo sind all die kleinen Raketen hin? Wann verlor das Zielen seinen Sinn? Oh, wow. Das wird ja mal eine schlechte Aufnahme mit Toren anfängt. Joden. Joden. Das kommt als Dio. Löwen Flieger wieder. Ja, ich brüchte mal kanonieren. Okay. Eier! Eier! Was ist da links? Weiking! Ausgespielt. Komm in, prima. Er müsste topen. Ziemlich, nicht? Ja. Hier wird er fast... Nicht gut. Uncool! Woher? Von wo? kann man einfach diesen Damiano holen bitte von mir, ne? Vor uns! Abi! Jemand gucke mich hier ab! Boah! Woher denn? Vor uns, vor uns! Rechts, rechts, rechts! Kastin! Wir sind noch keine Menge neben uns! C4-Typ, vor uns! Min! Da markiert! Nee! Sprengstoff! Warte, warte! Ah, der ist einfach von uns! Da ist noch ein Typ, rechts! Links? Mach sie ja rechts! Links von uns, links von uns! Links und rechts! Ich seh grad dich! Ich drück mal... Ah, ich seh ihn nicht! Das ist die Sau, ich seh ihn nicht! Mal kicken, wie du ihn sehen kannst! Ich bin gleich nie überfahren! Ich seh ihn nur über dem Miniradar, weil ich Umfeldscan habe! Ja, aber ich seh ihn nicht! Es ist unversteckend! Wahrscheinlich liegt er irgendwo oben auf dem Felsen drauf! Guck mal inzwischen! Nee, hinter der Mauer war der! Ich hab mal, das war das nächste Support! Dann fahr mal rum! Dann hab ich ihn gerade... Rechts von uns, links von unten! Fangen wir und hier! Noch einer! Umfeldscan! Der Peril, oder? Hör! Hinter uns, hinter mir ist irgendwas! Das kommt gleich! Tod, Hilfe! Da ist oberer drauf im Haus! Da kommt da, kommt da! Ich repariere! Ja, aber schon! Gemesser! Schön! Ich halte die... im Jugendblick! Bringt ihr... Bringt ihr Umfeldscan oder irgendwas? Aha! Ja! Und wie? Hinter dem Außenpfeind! Da wird man einsteigen! Tablet-Molition! Was? Wo ist das? Wo? Wo? Hier, wo bei dem Geldcontainer hinfällt! Doch fahr mal rum! Ne, hier ist keiner! Doch da, links! An uns, in Gebäuden! Ab ihn! Ne, hast du nicht! Doch, ich hab hier gemacht! Stimmt! Ach! Okay, dann machen wir mal! Ich glaub, langsam sind die ich angepasst! Das ist bei uns, ne? In Tschechner-Polen! Ich darf in dem Mal A! Ja, mach das! Weil ich glaub, wir sind auf den... auf der ersten, letzten... Wir mischen die Polen mal auf! Ich hab keine Ahnung! Ich hab da halt einen zweiten Weltkrieg! Oh! Oh, das ist böse! Was? Hinter uns, hinter uns! Da ist ein, äh, Kerl! Links, rechts und uns! Das ist ja aber nicht! Ähm... Der lag... Anti-Panzermin zwischen den Zapptollen! Der hat direkt auf die Panzermin geschaffen! Der Heder irgendwo... Der Heder irgendwo... Zwischen... dem Gemüse... weiß nicht irgendwie... hat uns die verzerrischte Sau! da ist ein... Eine, zwei, drei, drei, drei... ... bei der Tankstelle sind jede Menge noch rum. Die muss man stellen... Die haben Panzo! Da! Danke für die sind gut! Der immer ein paar mehr mehr verliehen wir bald! Und ein Fußolder, die kommen... und komm in diese Richtung! Mozenieren, gehen in diese Richtung! Äh, Jungs, da oben steht einer auf den Berg! Ah, warum soll... warum sagst du nicht? weil ich mich eben daran ausgesehen habe das ausreichend weiß ich kann ja nicht sehen aber ich finde es geil dass du sagst irgendwas sagt hinter euch auf dem Berg äh Jungs da auf dem Berg da hinter euch da ist jemand ja man das weiß kann der Wettbewerb das weiß kann der Wettbewerb von Murat das ist einfach bei den weißen Gebäuden oh diesen Benzintank diesen Gaskank kann ich hochjagen erscheint nicht mit dem Gewicht die Überdeckung hier springt mal hin und guckt mal als aufs Dach kommen ich habe einen feindlichen Helikopter gesichtet ich hätte ja das Gebäude weggeblasen von dem Raketenwerfer naja blasen da bist du gut das haben wir schon mitgekriegt ich kann auch tuken ich mag Züge es darf nach oben nein hier ist sauber gerade ich habe schon ein Panzer oh da ist ein Gegner ankommen ja das ist ja schon weggelaufen Hilfe Hilfe Abpanzer yo hier die Elde und die haben den Tower runter gebunden nein das war ich Aua Aua er hat mich er hat mich ich höre Musik Japp ja immerhin ist gleich vorbei Aua 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 ja immerhin ist gleich vorbei Aua 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 ist noch frei Aua der Stundsatz ohne Schnell so und 30 dann muss er auch nach heute Ja genau und auch dann da müsste diesmal wir auch mit Spaß gehabt und gerade bei der ersten Runde mit dem die Biers die dann sollten wir ja wie auch immer wir sind seit dem nächsten Runden wieder mit nur ein paar mehr Leute hoffen Wir sind scheiße. Bis im Unterreich. Ciao.